Willkommen zu der neuen Folge Paula Probiert's. Ich habe in letzter Zeit immer diese Videosort auf der For You-Page, wo jemand kaputtes Make-up repariert. Und diese Videos sind einfach so ultra beruhigend. Und mir ist vor kurzem mein Lieblingsblush kaputt gegangen. Es gab nämlich einen kleinen Unfall. Wir kriegen das hin. Ich starte mal mit der dunklen Seite. Stampen! Oh yeah. Das kommt in eine Schüssel. Da kommt Alkohol rein. Und nein, nicht der Alkohol, den man trinkt. Lecker. Das kommt jetzt wieder da rein. Bisschen zurechtdrücken. Oh je. Besser. Okay, das mit dem Muster hätte ich vielleicht lassen sollen. Über die Nacht trocknen lassen. Okay, irgendwas ist schiefgegangen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Blush sieht jetzt aus wie ein Wüstenboden. Oh no. Aber vielleicht funktioniert der ja trotzdem noch. Hm. Sieht aber irgendwie hässlicher aus als davor.